Ah, Ben! Hi, Harald. Na, wie geht's? Ja, ganz gut. Wie läuft's an der Schule? Alles super, danke. Schön. Du, ich bräuchte mal deinen fachmännischen Rat als Polizist. Aha. Willst du auf Pizza? Ja. Scheiße, das Geld ist weg. Wer ist denn so asozial und klaut auf einer Party Geld? Ich hab das Geld genommen. Ja, Mann, Ben will die Kohle jetzt immer schon gleich. Du gibst unser letztes Geld für beschissenes Dope aus? Das ist nicht beschissen. Hier, reiß. Kein Bock. Ah, the Western Union coming out. Another mixtape with my fellow man, DJ Goods. Backed in the building, played book mixtape. Look out for that. Oh, hallo. Hallo. Willst du mal die beiden Männer abholen? Führerschein zurück. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich allerseits. Mein Name ist Lutz Tase und ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen zu unserer Schulung hier am Montagmorgen im Büro. Wie ja schon bereits angedeutet, haben wir letzte Woche eine hervorragende Bilanz ziehen können. Über 500 verkaufte Staubsauger. Schöcker. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020